Willkommen bei der Testfabrik. In diesem Video erfährst du, welche drei Motorradhelme dich beim Straßenverkehr am besten schützen, während du dazu noch richtig cool aussiehst. Unser Qualitätssieger ist der MX Enduro Quad Motorradhelm. Okay, wir geben zu, die Optik hat unsere Entscheidung maßgeblich beeinflusst. Dieser Motorradhelm sieht verdammt geil aus. Damit siehst du aus, als wenn du aus der Zukunft gekommen bist, um die Welt zu retten. Noch dazu hat dieser Motorradhelm noch eine Menge zu bieten. Das Visier ist UV und kratzfest und abnehmbar. Das High-Vent-Belüftungssystem gibt dir genügend Frischluft für deinen Kopf, auch bei längerem Tragen. Die Lackierung ist UV-sicher und eine zusätzliche Sonnenblende ist vorhanden, die sich beim Fahren mit einer Hand bedienen lässt. Mit diesem Motorradhelm bist du nicht nur sicher, sondern wirst auch noch eine Menge Spaß beim Tragen haben. Die Kunden bewerten den MX Enduro Quad Motorradhelm mit 4,4 Sternen. Den besten Preis findest du in der Videobeschreibung, direkt unter dem Video. Als Alternative empfehlen wir den Rallox 109 Klapphelm. Wenn du auf das futuristische Design verzichten kannst, empfehlen wir den schnörkellosen Rallox 109 Klapphelm, der etwa die Hälfte kostet. Auch dieser hat ein kratzfestes Visier und eine ausklappbare Sonnenblende. Eine Doppelbelüftung ist im Bereich des Kins und der Oberschale gegeben. Das hochwertige Innenfutter ist abnehmbar und kann gewaschen werden. Die Kunden bewerten den Rallox 109 Klapphelm mit 4,8 Sternen. Unser Preis-Leistungssieger ist der Shox Sniper Solid Motorradhelm. Dieser ist sogar noch ein wenig günstiger und beschränkt sich somit auf das Wesentliche. Dies kann er jedoch sehr gut, sodass du auf nichts verzichten musst. Das 5-Punkt-Belüftungssystem lässt kühle Luft in den Helm und die warme Luft kann austreten. Wie auch die anderen beiden Helme erfüllt dieser Helm die europäischen Sicherheitsstandards. Der Shox Sniper ist in mehreren Farben erhältlich. In dieser Preisklasse wirst du nichts besseres bekommen, das dich auf der Straße schützt. Die Kunden bewerten den Shox Sniper Solid Motorradhelm mit 4,4 Sternen. Wenn dir das Video geholfen hat, den perfekten Motorradhelm zu finden, würden wir uns über einen Klick auf Daumen hoch freuen. Die Testfabrik wünscht dir viel Spaß beim sicheren Motorradfahren. Der Shox Sniper Solid Motorradhelm